Ach, das ist ja das Schöne, weil ich es kann. Guck. Schön hier. Ach, das ist schön hier auf Sylt, das muss ich doch sagen. Schönes, schönes Sylt. Christina erzählt immer, dass Sie baden da an der O-See. Ja, ja. Hier ist auch ein Rettungsschimmer. Sonst ist da ja auch nichts los. Das machst du zu gern, wie auf der Polenadel Autofahren. Na ja, einmal. Zweimal im Jahr, einmal hin und einmal her. Nee, beim Rückfahrt haben wir gar nicht mehr gemacht. Ich habe das getragen letztes Mal. Guck mal, wie langsam die geht, diese alte Spinatwachtel. Nicht sagen. Nicht sagen, das hört sie. Das Wort Spinatwachtel machst du auch so gern. Nicht so schnell, du willst sie hetzen. Ich würde dich hertreiben, diese Schafe. Ach. Geh, heute auf dem Markt. Das ist denn heute auch noch Musik. Ja, dann guck, dann geht das nicht. Pass auf, die mit den Ständen. Aber wir können auf der anderen Seite rausfahren. Ja, das ist auch so schwierig. Ja, aber da musst du hier nicht noch wenden. Guck, jetzt sitzen sie da alle. Das ist schrecklich. Nee, ich glaub, sie ist schon halb vier, die Musik, ne? Ja. Oh ja, haben wir doch gerade Glück gehabt. Du nennst immer, Unglück nennst du Glück. Wieso unser Unglück? Ja, sowas nennst du Glück. Nee, da sind sie doch schon. Ja, siehst du. Wie heißt der noch? Der Geiger, der Maße, der eine ist ja weg, der kleine Tenor. Und auch die Hüfte. Guck mal, diese Sängerin sieht da nicht aus. Aber die kann auch singen. Ja, das war ja eine ganz schicke, ne? Die ist abgeworben worden, ne? Nee, die hat wohl einen Millionär gekriegt. Ja, ja. Also, sie ist geheiratet worden. Sie wollen ja alle, dass man die Papiere unterschreibt. Aber sie werden auch hier nach hinten noch weg. Ja, wie wir wollen. Wir haben ja Zeit.